Die Pilgersaison beginnt sonst zu Ostern. Dieses Jahr heißt es, zu Hause bleiben und maximal ums Eck spazieren. Wir haben schon vor einigen Wochen gedreht und wollen Tipps für eine spätere Tour geben. Hallo und herzlich willkommen in Mecklenburg-Vorpommern. Wir gehen heute wandern und ein bisschen pilgern. Wir sind nämlich unterwegs, Kersten Köpke von der Evangelischen Kirche und ich, auf dem sogenannten Begitterweg. Denn Mecklenburg-Vorpommern ist ja nicht nur ein tolles Urlaubsland, sondern auch ein tolles Bürgerland. Genau und hier ist eine Karte, auf der wir genau sehen können, wo wir gerade langlaufen und wo der Begitterweg überhaupt anfängt. Der kommt eigentlich schon von Schweden, denn es ist die heilige Begitta von Schweden. Die ist im 14. Jahrhundert etwa mit ihrem Mann Olaf einmal quer durch Deutschland Richtung Santiago de Compostela gelaufen. Und wir gehen jetzt auf ein Stück dieses Weges, der durch Mecklenburg-Vorpommern führt. Von Sassnitz über Rügen runter. Und wir sind jetzt hier in Temsin, also unweit von Schwerin und gehen den Weg weiter westwärts. Also es gibt ganz viele Pilgerwege in Mecklenburg. Wir haben schnappe 1000 Kilometer Pilgerwege. 1000 Kilometer. Die Via Baltica, wahrscheinlich einer der bekanntesten Wege. Dann ein Weg der baltisch-mitteldeutsche, der von Rostock Richtung Havelberg runterführt. Und hier ein Pilgerweg im Bereich der Mecklenburgischen Seenplatte. Also 1000 Kilometer, da hat man ja mächtig viel Auswahl. Man könnte also theoretisch auch bis Santiago de Compostela laufen. Bietet sich im Moment nicht wirklich an. Wie kann man denn im Moment pilgern? Nicht in großen Gruppen und vielleicht wirklich nur als Tagestouren, damit man nicht als Gast in Gasthäuser kommt, die erstens zu sind und zweitens andere Menschen in Gefahr bringt. Ja, aber so zu zweit mit Leuten, die man kennt, wunderbar. Wie ist das? Du hast ja schon so viele Pilgertouren hier durch Mecklenburg-Vorpommern geführt. Du kennst ja jeden Weg im Grunde genommen. Mit welchen Anliegen kommen die Leute zu dir? Das ist total verschieden. Wir haben also alle Altersgruppen eigentlich auf dem Weg. Oftmals Menschen in Umbruchssituationen, ob das mit Eintritt ins Rentenalter ist oder zu Beginn des Studiums oder zwischendrin. Auch, dass sie sagen, bevor ich mich neu orientiere, gehe ich auf einen Pilgerweg. Dafür muss man nicht nach Spanien reisen. Das kann man. Momentan geht es wie gesagt schlecht, aber das geht in Mecklenburg auch. Ja, und das Interessante ist, man kommt ja dann so an Punkten vorbei, die kennt man gar nicht. Also das sind ja hier auch nicht unbedingt immer so die üblichen Wanderwege. Zum Teil liegt der Weg auf Wanderwegen, also zumindest Wegen, die heute Wanderwege sind. Bei den Pilgerwegen muss man sich das in der Frühzeit so vorstellen, dass die ja auf den Heerstraßen unterwegs gewesen sind. Und nicht unbedingt auf den nur schönen Wegen, wie wir sie heute haben. Weil im Wald lebte der Wolf und die Räuber auch. Also ging man eher auf Wägen, wo andere Leute auch unterwegs waren. Während wir heute natürlich auf Wägen sind, da freut man sich, dass man alleine ist oder einfach nur die schöne Landschaft genießen kann. Man kommt tatsächlich in einem anderen Tempo durchs Land und damit auch in Kontakt zu sich selber und auch in Kontakt zu Gott. Ja, die Menschen haben viele Anliegen. Früher, da sah es ein bisschen anders aus. Da zählte meistens ein Ziel. Im Mittelalter machten sich Pilger für ihr Seelenheil aus Dankbarkeit oder als Buße auf den Weg. Nach Jerusalem, Rom oder Santiago de Compostela. Pilger kamen aus jedem Stand. So durchquerte die heilige Begitta von Schweden 1341 Mecklenburg-Vorpommern. Die Adlige engagierte sich schon damals für Frieden und gegen Armut. Wurde später sogar vom Papst zur Patronin Europas erhoben. Pilgerführer Kerstin Köpke und ich pilgern bei Schwerin auf Begittas Spuren. Wie orientiere ich mich denn nun eigentlich als Pilger? Wir haben also eine Wegbeschreibung. Für jeden Weg gibt es ein solches Büchlein. Da sind die Tagesabschnitte sehr präzise, im Grunde gefühlt in 50 Metern genau drin beschrieben. Also das ist ja toll, da kannst du dich ja gar nicht verlaufen, oder? Da kann man sich eigentlich nicht verlaufen. Das ist jetzt das Stückchen für den Begitta-Weg. Und das gibt es aber für den anderen Weg auch. Und dann haben wir natürlich hier die Wegmarken in der Landschaft. Hier haben wir jetzt so ein Schild, das eigentlich auch von den Touristen und Touristikanten benutzt wird. Also das sind die Zeichen des Begitta-Weges an der Stelle und gelbe Pfeile gibt es auch noch, weil im Wald können wir nicht überall Schilder anbringen. Da gibt es dann also eher einen gelben Pfeil, diesen oder auch andere, die dort den Weg weisen. Gibt es eigentlich auch eine App? Es gibt auch eine App, aber keine eigene von uns, sondern verschiedene, in die man die GPS-Tracks einspeisen kann. Die kann man sich runterladen im Internet und dann kann man nach diesen laufen. Also man kann sich nicht wirklich verirren? Eher schwierig. Wie ist das denn unterwegs mit der geistlichen Begleitung? Sonst wäre es ja nur Wandern. Wenn ich die Gruppe führe, gibt es die Tagzeitgebete, die den Tag einrahmen. Das geht morgens mit dem Frühgebet los, gibt Mittagsgebet, gibt abends ein Ball Ankunft. Und dann auch so am Wegesrand? Das passiert am Wegesrand. Ich habe da immer so ein Brevier für in der Tasche. Das ist ein Büchlein mit Liedern und mit Texten, aus denen wir dann in der Regel einen Tag wenigstens uns einen Text anhören und begleiten, darüber auch ins Gespräch kommen. Und dann gibt es natürlich die Gespräche und die Anliegen, die die Menschen selber auch mithaben unterwegs. Das ist das Wichtigste, ne? Das ist das Wichtigste. Wie ist das eigentlich? Wie ist das eigentlich? Dürfen auch Nicht-Christen mit? Dürfen alle mit. Guck mal, Tempzin schon in Sicht. Das ehemalige Antoniterkloster ist die erste Pilgerherberge Deutschlands überhaupt. Seit 1994 kümmert sich ein Verein um die Gäste und die Sanierung der mehr als 500 Jahre alten Gebäude. So richtig kaputt bin ich nicht. Naja, es ist ja auch alles ebenerdig hier in Mecklenburg. Man muss also nicht über hohe Berge. Ja, ganz gemütlich Ziel erreicht, Tempzin. Aber irgendwie habe ich doch mal eine Frage. Jetzt stellen wir hier erst mal ab, weil ich bin unheimlich neugierig, was du die ganze Zeit eigentlich hier so mit dir rumschleppst. Ja, das, was so ein Pilger halt so braucht. Das, was so ein Pilger braucht. Also ich habe nur den kleinen Taschensack. Man trägt ein bisschen mehr am Leib. Regenjacke kann helfen, fließt runter auch. Den trägt man sonst auch eher im Rucksack, der ist ja jetzt nicht mehr drin. Ich habe ein Sitzkissen dabei, auch echt Luxus. Total leicht, aber es ist wirklich gut, weil in feuchter Zeit ist das dann doch mal schön, dass man sich auch irgendwo hinsetzen kann. Leicht muss es sein. Das ist alles leicht. Also leicht ist total wichtig. Darunter geht es nicht. So, was braucht man so? Schlappen, ne? Wenn man irgendwann ankommt und aus den Stiefeln raus will, dann braucht man so eine kleine Fresstüte. So, für in Mecklenburg auch ganz wichtig natürlich immer ein bisschen Brot. Ich habe immer noch ein bisschen Reis eingesteckt. Apfel natürlich sowieso, Salz ist auch und was man dann so unterwegs noch dazukaufen kann und muss. Du kommst doch manchmal auch ewig nicht an irgendwelchen Geschäften vorbei. Genau, deswegen habe ich immer die Notration dabei. Ach so, du könntest ja immer sozusagen eine Schale Reis nehmen. Ja, so, dann habe ich mal Plünen mit dabei, die zeige ich nicht vor. Die Unterholung. In Spanien wäre das das No-Go mit so einer Plastiktüte, weil das raschelt. Wo man Unterkünfte mit 50 Leuten hat, ist das doof. In Mecklenburg bei feuchtem Wetter ist das total schick. Ich gehöre zu den Luxuspilgern, die ein Kopfkissen mit dabei haben, weil richtig gut liegen nachts ist wirklich schön. Denn manchmal ist es auch echt die Kirchenbank und da kann so ein Kopfkissen wirklich helfen. Und hier unten versteckt sich jetzt die Isomatte und der Schlafsack. Hier die Wasserflasche, eine faltbare, eine zweite. Ach, eine faltbare. Guck mal, ich habe nur so eine ganz schön. So sehen die aus, das macht ganz wenig Platz und so sehen die voll aus. Und es gibt ja Abschnitte, da ist einfach nicht genug Wasser, das ist gut, wenn man sich ein bisschen bevorraten kann. Ja, ist richtig. Also das ist ja das Allerwichtigste. Das habe ich mit dem Tagesrucksack, eine Brotbüchse und eine Wasserflasche. Tabletten, Mückenschutz. Desinfektionsmittel. Und es gibt ein Handwaschmittel, womit man auch die Klamotten waschen kann zwischendurch. Denn ich habe im Grunde nur einmal die Sachen, die ich am Körper habe und einmal Wechselsachen. Und wenn ich länger unterwegs bin, muss ich waschen. Also das ist zum Beispiel mein Besteck, das ich immer mit dabei habe. Das ist Löffel, Gabel, Messer in einem. Bloß ein paar Gramm, ganz leicht. Das sind ganz, ganz, ganz wenig. Ich habe nochmal eine externe Schutzhülle drumherum. Was ist Maximalgewicht? Also es gibt so eine Faustregel, die sagt 10% des Körpergewichts. Okay. Das ist bei Frauen dann schon mal wirklich sehr ambitioniert, das auch wirklich alles unterzukriegen. Bei mir ist dann ein bisschen mehr Platz, was ich habe, aber tragen muss man alles. So oder so. Und Taschenmesser unbedingt, das muss sowohl fürs Schneiden sein, als natürlich auch mal vielleicht eine Flasche Wein öffnen. Also man muss wirklich ganz genau überlegen, was man mitnimmt und auch gerne mal was weglassen. Also so Lippenstift ist nicht. Also eigentlich beginnt das Pilgern nicht auf dem Weg, sondern in dem Moment, wenn man den Rucksack packt. Im Kopf. Okay, genau, das ist der entscheidende Moment, zu überlegen, was brauche ich wirklich und sich zu beschränken, das Nötigste im Leben auch dann nochmal auseinander zu kriegen. Das meint natürlich auch das, was man sonst noch so an Gepäck trägt, an Geschichten, die man ja auch mit dabei hat. Na, so wie wir das machen, ist das ja ganz simpel. Also wir machen hier so eine Kurztour, Schnubberpilgern, aber wenn man länger unterwegs ist, dann braucht man doch mal so ein paar Helfer am Wegesrand, zum Beispiel auf dem Pilgerweg Mecklenburgische Seenplatte, da hilft Roland Scheper, ein Pastor im Ruhestand. Ihn haben wir bereits vor einigen Wochen vor den Beschränkungen getroffen. Früher habe ich gedacht, als meine Frau so von Pilgern schwärmte, ach, das ist nichts für mich, diese Geschichte um den Jakobus, die ist so kurios, also da will ich nichts mit zu tun haben. Doch dann erfuhr er von jungen Leuten, dass Pilgern für sie etwas ganz Persönliches ist, sie dadurch sogar Orientierung finden, wenn sie sagen, ich habe im Moment gerade eine schwierige Lebensphase und ich möchte wieder zu mir selbst und wenn es gut geht, sogar zu Gott finden. Und seitdem ist es mein Ding. Roland Scheper pilgert nicht nur selbst, sondern bietet seit zwei Jahren sogar Begleitung für andere an. Frühstück in der Pilgerherberge von Zacho. Gleich neben der Kirche in der wiederaufgebauten Schmiede des Ortes. Der Pilgerweg von Friedland nach Miro ist noch jung. Oder vielleicht auch nicht. Denn es fanden sich mehrfach historische Pilgerzeichen, wie das auf der Zachoer Kirchenglocke. Wenn es hier irgendwie Anklänge gibt, lasst uns doch mal weiter suchen auf Glocken und gucken, ob wir hier einen Weg irgendwie aufbauen können. Denn landschaftlich ist es hier ja wunderschön. Der Tag beginnt mit dem Pilgersegen in der Kirche von Zacho. Heute werden sie auf ihrer kleinen Tour nur zu dritt sein. Roland, ich lege meine Hand in deine Hand. Gesegnet sei dein Weg. Amen. Und jetzt können wir losgehen. Aufbruch Richtung Süden. Immer dem Pilgerzeichen mit der Muschel über der Welle nach. Auf Höhe Krikower See biegen sie ein wenig vom direkten Weg ab, um den Blick über die Entmorinenlandschaft zu genießen. Einfach sich beeindrucken lassen von dem, was unsere Augen sehen, unsere Ohren hören. Das geht mir tief in die Seele. Manchmal reden sie, oft, aber schweigen sie auch beim Pilgern. Wenn wir so im Schweigen laufen, können wir hinterher allmählich wieder auftauen, aus diesem Schweigemodus rauskommen. Und was dann für Erfahrungen kommen, die wir einander erzielen, das ist schön. Das Schöne ist, draußen in der Natur zu sein, zu laufen und vor allen Dingen zu wissen, dass man mit Gleichgesinnten unterwegs ist. Nach etwa zehn Kilometern kommen sie zum Kloster Wanska. Vor der Reformation ein Nonnenkloster der Zisterzienser. Das erstaunt euch bestimmt auch. So eine riesige Kirche in einem kleinen Dorf. Hier lassen sie den Pilgertag ausklingen. Luft und Winden gibt Wege laut. Auf unserem Birgitterweg in Tempzin gibt es für die Pilger ein besonderes Angebot. Also die Kapelle ist immer offen, du kannst hier jederzeit rein, auch wenn die Kirche mal zu sein sollte. Das ist ein Andachtsort, der von den Pilgern genutzt werden kann. Mit einer Bibel, die hier liegt, zum Lesen und einem Altar. Und das hat die Möglichkeit, dass hier jeder sich eine Kerze ansteckt und auch was dazulegen kann. Manch einer nimmt dann auch eine Kleinigkeit mit. Man kann den Altar selbst gestalten. Genau, und das vermittelt den Eindruck natürlich nochmal stärker, man ist nicht alleine auf dem Weg, auch wenn man sich nicht immer begegnet. Vielleicht war vor nicht allzu langer Zeit jemand hier, hat dann vielleicht eine Blume abgelegt und hier ein Gebet gesprochen und das können wir jetzt hier auch tun. Und dann gibt es hier die Bibel. Ja. Das ist eine ganz tolle Idee, genau, hier in Tempzin und eine ganz große Besonderheit, die schreiben sozusagen ihre eigene Bibel ab. Es gibt hier also eine Bibel. Das könnte ich jetzt auch mal machen. Das könnte ich jetzt hierher kommen, genau, übertragen jetzt Verse, das musst du also einmal gucken. Ja, da gibt es sogar eine Lesebreite dabei. Gut, die brauche ich jetzt auch mal. Da kannst du also gucken, die sind bis Vers 4 und da liegt wahrscheinlich da schon der Stift und dann geht es dort weiter. Hier ist der Vers 4 und dann kannst du jetzt deinen eigenen Bibelteil schreiben. So schreiben alle Pilger, die jedes Weges kommen und sich da einbringen, mit an einer Bibel. Das ist auch eine Form des Inhaltens. Schön. So, ich gehe jetzt zur Kirche, habe eine Verabredung. Bitte schön, kannst du es weitermachen. Genau, ich schreib weiter. Genau, hier brauchst du es vielleicht. Ach, schau mal. So, und Sie schicken mir jetzt auf eine botanische Reise, denn der Bibelgarten in Bad, der wacht so allmählich aus dem Winterschlaf auf. Am schönsten ist er allerdings im Sommer, dann sollten Sie ihn besuchen, so wie wir das letztes Jahr gemacht haben. Und Kerstin treffe ich nachher wieder. Weinraute. Das Heilkraut aus der Bibel ist eine von 150 Pflanzen im Garten von Annette Lukisch in Bad. Es sind insofern besondere Pflanzen, dass wir hier eine Sammlung haben von Pflanzen, die ja irgendetwas mit Christentum zu tun haben. Und wo wir hier gerade stehen, das sind die Klosterpflanzen, also Pflanzen, die die Klöster kultiviert haben, die sie zum Teil auch mitgebracht haben. Die Klöster sind ja gewandert vom Mittelmeer bis hier in unseren Norden und haben ihre Gartenpflanzen auch mitgebracht. Alle Pflanzen hat Annette Lukisch selbst eingepflanzt. Freunde haben ihr Saatgut sogar aus Israel mitgebracht. Die Linse, erwähnt schon im Alten Testament. Esau tauschte aus Hunger das Erstgeburtsrecht bei seinem Bruder Jakob gegen ein Linsengericht ein. Auch von Diesteln ist oft die Rede als Wildpflanze im gelobten Land. Die Pflanzen in der Bibel sind eigentlich, ja, widerspiegeln den Alltag in Israel vor 2000 Jahren, vor 3000 Jahren, also das, was angebaut worden ist. Und sie verdeutlichen eigentlich die Aussagen der Bibel. Die Feige, der meist erwähnte Baum in der Bibel. Eigentlich wächst er im Mittelmeer, braucht viel Sonne und Wärme. Wir haben in den letzten zwei Jahren milde Winter gehabt. Und das ermöglicht den Feigen eigentlich das so üppige Wachstum. Sie überwintern ja schon als kleine Frucht. Und wenn der Winter wieder so mild ist, ernten wir die im nächsten Jahr. Mal sehen. Der Bibelgarten befindet sich auf der Südseite der Kirche St. Jürgen aus dem 14. Jahrhundert. Bei der Restaurierung wurden hier Wandmalereien aus der Zeit vor der Reformation freigelegt. Neben der Kapelle die Ausstellung des niederdeutschen Bibelzentrums mit der Barter Bibel, ein Meisterwerk der Druckkunst aus dem 16. Jahrhundert. Annette Lukesch ist schon seit der Kindheit bibelfest. Später hat sie Gartenbau studiert. Vor 20 Jahren legte sie den Garten im Bibelzentrum Barth an. Sie begann Bücher über Pflanzenwelt und Christentum zu schreiben. Die Mönchstracht der Kapuzinermönche hatte eine besonders lange Kapuze. Beziehungsweise der Orden ist nach diesen langen Kapuzen benannt worden. Und diese Blüte hat so einen Zipfel, wie eben diese Zipfel der Kapuzinermönchstracht auch waren. Wenn dann alles in voller Blüte steht, hofft Annette Lukesch, kann sie wieder Gäste durch ihren zurzeit geschlossenen Bibelgarten in Bad führen. In Temzin rufen die Glocken zum Mittagsgebet. Doris Mertke leitet das Pilgerkloster. Sonst lädt sie Pilger viermal am Tag zum Gebet ein. Das ist klösterliche Tradition. Vor 500 Jahren beteten hier die Antoniter Mönche. Ihr Orden benannt nach dem Heiligen Antonius. Sie halfen Menschen, die an einer geheimnisvollen Krankheit litten, dem sogenannten Heiligen Feuer, mit Fieber, Wahnvorstellungen, absterbenden Gliedmaßen. Später gingen die Antoniter im Malteserorden auf. Doris Mertke nimmt mich mit auf eine Reise in die Geschichte des Klosters. Das ist unser Warmhaus. Das war das Krankenhaus der Antoniter. Komm rein, Billerschen. Und warum haben Sie das gerade hier errichtet, die Antoniter, an dieser Stelle? Also die haben ihr Kloster hier errichtet, weil es im Mittelalter hier, man glaubt es nicht, der Nabel der Welt war. Also Handelsstraßen von Ost nach West und Süd nach Nord. Und Pilgerwege sind hier durchgelaufen. Und ich glaube, dass die gespürt haben, dass das wahrscheinlich vorher schon auch ein Kraftort war. Und wie muss man sich das denn nun vorstellen? Im Mittelalter war das ja ein Anlaufpunkt für Kranke. Wie wurden hier die Menschen versorgt von den Antonitern? Also erst mal mit Wärme. Also es war hier ein großer Kamin. Das, was jetzt Abstellkammer ist, war auch ein großer Kamin. Der hat einen sehr, sehr großen Schornstein. Den können wir nachher noch mal genauer betrachten. Und die hatten in den Außenwänden Kamine, die von außen zu bestücken waren. Damit haben sie es hier kuschelig warm gemacht. Die Kranken sind so versorgt worden, dass sie erst mal gewaschen wurden, neue Kleider bekommen haben. Und man höre und staune, ihr eigenes Essgeschirr. Also das war simpel, ein Becher und ein Napf und ein Löffel. Aber immerhin jeder sein eigenes. Das war ein bisschen Hygiene. Ja, und das war eine Innovation. Also eigentlich ist Hygiene in der Medizin erst im 17. und 18. Jahrhundert aufgekommen, als man dann durch ein dann erfundenes Mikroskop die Bakterien auch sah und ob sie es wussten, woran diese Krankheit liegt. Das Antoniusfeuer war ja keine ansteckende Krankheit, wie sie dachten, sondern eine Pilzvergiftung, das sogenannte Mutterkorn, was am Getreide ist. Die haben dann Brot bekommen, wo eben dieses Mutterkorn rausgesammelt war. Also wurden von der Vergiftungsquelle abgeschnitten. Und wer es dann überstanden hatte, konnte, wenn er wollte, in einem Leimbruder-Status dann auch hier sein und in der Gemeinschaft bleiben. Wollen wir nochmal oben gucken? Ja, aber gerne. Wiederschön? Na komm. Hier kann man jetzt direkt den Schornstein sehen von diesem großen Kamin. Das ist ja riesig. Das ist wirklich groß. Das ist so groß, dass wir eine Tür belassen werden, auch wenn wir fertig sind mit Sanieren, wäre die Gelegenheit für einen dritten Zentrengang hier. Und das sind die Originalsteine aus dem Mittelalter noch? Ja, ja, ja. Das ist original wieder aufgebaut worden. Und theoretischerweise könnte man das sogar wieder in Betrieb nehmen. Also muss man natürlich den Schornsteinfeger fragen und eine Genehmigung holen. Aber es ist korrekt aufgebaut worden. Es könnte wieder als Kamin benutzt werden. Oje, was für ein Kamin. Von Tempzin, 120 Kilometer nordöstlich. Ein mysteriöser Fund im Gotteshaus. Die Wallfahrtskirche in Kenz. Jahrhundertelang beliebt bei Pilgern aus aller Welt. Jetzt offenbart sie ein Geheimnis. Oben im Glockenturm. Restaurator Markus Mannewitz traut seinen Augen nicht, als er bei den Sanierungsarbeiten eine Öffnung findet. In keinem Kirchenbuch beschrieben sind diese unberührten mittelalterlichen Malereien. Jetzt durch Zufall entdeckt. Einfach mal das Neugier, was ist denn hinter dem Teppich? Es war ja klar, dass das der Turmraum ist. Aber warum hängt er hier? Und was ist denn dahinter? Es ist die Entdeckung seines Lebens. Ein Bogen mit drei Medaillons vom wilden Mann. Sofort informiert der Restaurator den Pastor. Seit Wochen versuchen sie nun, eine Erklärung zu finden, warum diese Figur als Symbol gleich dreimal hier an die Wand gemalt wurde. Und er ist auf dem Weg. Er ist unterwegs. Wilde Männer gab es tatsächlich. Noch im Frühmittelalter in den Wäldern. Sie sollen übermenschliche Kräfte gehabt haben. Ausgegrenzt von der Gesellschaft. Unter Christen verkörpert der wilde Mann das Dunkle, Fremde, Ungezähmte. In Malerei und Literatur wird das Wesen beschrieben, aber an eine Kirchenwand gemalt, das ist in Norddeutschland einzigartig. Es kann durchaus sein, dass der wilde Mann auch hier an dieser Schwelle der Kirche Christus anerkennt. Sich im Prinzip auch ein bisschen diesem christlichen Glauben unterwirft. Wenn man sich diese Gesichtspartie mal anschaut, die ist doch auch ganz schön gemalt. Der wilde Mann in drei Gemütszuständen. Zerzaust mit wirrem Blick wendet er sich der Kirche ab. Hier hat er einen gestutzten Bart. Dann wird sein Blick ganz klar wie bekehrt. Wilde Männer tauchten bisher nur als Wappenträger auf. Auch in der Kenzer Kirche auf Glas am Fenster. Von der seltenen Wandmalerei wusste niemand. Über den maroden Zugang in den Turm traute sich einfach keiner nach oben. Ich habe immer gedacht, hier oben ist ja das Uhrwerk, dass sich dann hier die Uhr irgendwie befindet oder die Gewichte der Uhr. Und diese Malerei hat man eben vorher von unten nicht sehen können und von oben auch nicht. Jetzt wird die Malerei restauriert. Ob der wilde Mann wirklich den Weg zu Gott fand, ist nicht überliefert. Sein Bild in der Kenzer Kirche soll wieder öffentlich sichtbar gemacht werden, wie damals im Mittelalter. In Temzin herrscht sonst ab Ostern reges Treiben. Im Moment Stille. Keine Einkehrer, keine Ora-at-Laborer-Wochen und keine geführten Pilgerwanderungen. Die Zimmer in der Pilgerherberge leer. Sonst können hier im Sommer bis zu 30 Pilger unterkommen. Im Warmhaus oder komfortabler im Amtshaus. Hier, diese Gästezimmer sind natürlich ganz anders. Oh ja, das ist ja schon Pensionscharakter. Ja, ja. Also hier merkt man, das war mal ein Gutsbächterhaus. Hohe Decken, weite Räume. Und hier kann man also auch, wenn man jetzt zum Beispiel Einkehrer ist oder so gut, auch mal zwei Wochen verbringen, ohne dass man das Gefühl hat, es wird zu eng. Ja. Doris Mertke wartet auf die Zeit, in der wieder Leben ins Kloster zurückkehrt. Sie endlich zu den Pilgerwanderungen mit ihren Gruppen aufbrechen kann. Aber kommen Sie, da ist ein Tee hingewachsen. Lassen Sie uns den genießen. Ja, also Tee gibt es hier immer, ne? Muss man sich bloß selber kochen. Ja, wir sind ein Selbstversorgerhaus. Das andere schaffen wir nicht. Was denken Sie persönlich, warum sollte man mal pilgern? Um das Zuhause mal aus den Augen und aus dem Sinn zu kriegen und so ein bisschen aus der Zeit zu fallen. Und dann hat man die Möglichkeit, also das passiert automatisch. Unser Körper ist so gebaut. Wenn man dann losläuft und das einfach macht, dann öffnet man sich innerlich und dann kriegt man wieder Zugang zur eigenen Spiritualität und findet in der Regel auch Wege, wie man sie leben kann. Das kann christlich sein, das geht aber auch anders. Aber ich als Christen finde immer, dass die christlichen Angebote durchaus hilfreich sein können. Auf jeden Fall, Frau Mertke, leisten Sie eine ganz tolle Arbeit. Vielen Dank, dass Sie hier am Begitterweg in Temzin ja alle willkommen heißen. Ja, und wir reisen jetzt in die mecklenburgische Schweiz auf den neuen Kapellenweg. Dieses Projekt hat die Anwohner dort wirklich ganz fest zusammengeschweißt. Während der wöchentlichen Andacht in Tresso steht nichts zwischen gesungener Botschaft und Empfänger. Die kleine Feldsteinkapelle hat kein Dach, freie Sicht und Standleitung Richtung Himmel. In Lupendorf bei Hinrichshusen, nur wenige Kilometer entfernt, ein weiteres Bauwerk. Sieben sind es mittlerweile. Pfarrer Eckhard Hübner hat sie gemeinsam mit Menschen aus der Region gestaltet. Neue Kapellen an historischen Orten, Brücken zwischen Vergangenheit und Gegenwart. Das Dorf ist umgezogen, ein Kilometer weiter. Und von dem früheren Bauern-Dorf ist nichts mehr übrig. Kein Friedhof, kein Ort, nichts mehr. Und wir haben das herausgefunden, wo das sich genau befindet und hier dann die Kapelle errichtet. Die vom Nebel der Geschichte geschluckten heiligen Städten findet Hübner am Schreibtisch. Nächte hat er damit verbracht, historische per Hand gezeichnete Karten und Satellitenbilder zu synchronisieren. Wenn Sie nur in die alte Karte reinschauen, verstehen Sie manchmal gar nichts. Weil die ist anders gestaltet, als heutige Karten sind. Und am deutlichsten sind noch die Wege zu erkennen. Und die Perspektive, die muss man dann vergrößern. Und das geht dann mit Google sehr gut, dass man da in die verschiedenen Maßstäbe hineingeht. In Hinrichshagen steht die größte der sieben Kapellen. 400 Arbeitsstunden haben die 38 Dorfbewohner geleistet. Der Bau hat sie noch näher zusammengebracht. Die 70 Zentimeter-Uhr-Einfriedung mit Bank, Bronze, Tafel und Linde ist ihre neue Mitte, auch in schweren Stunden. Es waren alle vom Dorf da, alle zu der Trauerfeier. Und es hat uns trotz der schwierigen oder traurigen Angelegenheit, um die es ging, doch zusammengeschmiedet. Und es waren alle da vom Dorf. Und für die Eltern, die ihr Kind verloren haben, für die war es auch besonders tröstend, dass alle daran teilgenommen haben. Die Bronzetafeln an den Kreuzen hat Künstlerin Katrin Wetzel gestaltet. Statt Kreuzigung sinnliche Motive. Die Darstellungen zeigen Frauen, die als solche deutlich zu erkennen sind. Die Seele nähert sich von Schönheit. Und darum, das ist ein Teil meiner Idee. Ja, ja. Sehr viel Haut zu sehen. Das ist eine Botschaft, eine ganz andere Botschaft. Ja, wir sind Menschen. Wir sind alles Menschen. Und das ist eigentlich auch so meine Botschaft. Miteinander verbunden sind die Kapellen über einen 34 Kilometer langen Pilgerpfad. Es erwartet sie ein wunderschöner Weg durch die Mecklenburgische Schweiz. Nicht auf öffentlichen Straßen, sondern auf richtigen landwirtschaftlichen Wegen und Waldwegen. Die kleine Mini-Pilgergruppe, die macht sich wieder auf den Weg und verlässt Temzin. Also danke, dass ich mitgenommen wurde. Und mein Kopf ist wunderbar frei. Ja, das ist das Schöne beim Pilgern, dass man kommt mit Bewegung an den Füßen, aber auch im Geist. Ja, es macht was mit Körper, Geist und Seele. Vielleicht probieren Sie das ja auch mal aus. Und wir sagen jetzt... Tschüss und einen guten Weg. Und auf Wiedersehen. Bleiben Sie schön gesund. Und auf Wiedersehen.